So, Freunde, ein neues Display, ein weiteres Display. Ja, ja, ein neues Display, Doom 2. Ja, das ist super schön, das ist super gerade. Das ist ganz leicht. Das ist alles Schwester, das ist alles... Da kann man keine Schieße eigentlich nehmen. Ich spiele jetzt schon ein Schieße. Ich spiele noch mal an. Ich spiele noch ein Schieße. Und dann los. Gut. Also ohne Schieße spiele ich natürlich, Freunde. Na, nehmen Sie die Kittensäge. Was ist denn da? Okay. Ich bin dran hier rein. Ach, Alter! Okay, dann. Ich bin dran. W-w-w-w-w-w-w! W-w-w-w! W-w-w-w-w! Warum ich das nicht in Vollbildsmodus zogge in als Player? Das liegt daran, dass ich das Flats und das Dos Box nicht vertragen. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen und es verzeiht es mir. Das brauch ich auch, Schutzweste. Ich brauch's gerade bis zu über 30, es gibt auch noch versteckte Leveln, ich glaub da muss man schieben. Aber ich hätte ohne. Das erklärte ich mich für den zweiten Level. Das ist ja weh. Aber ich hab genau 100 Gesundheit. Das tut mir aber leid. Es gibt insgesamt sieben Waffen. Sieben ist die stärkste, schwarze, 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 aber egal. Ich will alles holen. Was gibt's? Ah, wohl. Jawohl. Eine Schonflinte. Okay, hier ist übrigens die Karte. Geben wir hin. Und so. Okay, alle haben schon gekillt. 88 Teams. Das heißt, diese Gesundheit medicate, also medicate. Oh. 30 Sekunden Chakra muss auf Speedrun, okay. Wollt aufzum-zum-biken. Ja, da, ich hab grad was konfetiert. Wie geht's hier? Wie geht's? Wie geht's? Hallo? Aua? Nein. Das Blau-Wasser ist ganz gewöhnliches Wasser. Das Grün ist giftig. Und das Rote ist Feuer. Oder zu Spitamenten. Ach, hier mit den Schieds, äh, IDKFA. Äh, ist alle Waffen. Mit Schlüssel, IDFA. Könnt ihr alles bespielen zum Schieds nach, oder Schieds.de nachlesen. IDFA ist alle Waffen. Oh, ich muss mich alles entwischen. Also ohne Waffen. Ohne Schlüssel. Oh, Juntschen. Egal. Munition. Gut. You are, you need a red K to acti-activate this object. Uh, the boss is working, schießt um diese Töre zu öffnen. Um zu uns zu aktivieren. Okay. Oh dear. Ah, danke. Jetzt bin ich auch. So. Das sind der Defo und den Roten Schüssel. Machen wir den über die... Später, am Ende des Levels, des großen Finale, stehen die Namen dieser ID-Kneiser. Ich kenne nicht alle, ich kenne nur einen, glaube ich. Es gibt auch einen ersten Teil. Das lässt sich vielleicht auch mal gucken. Ich hätte erst das erste, ähm, ich hätte erst das erste, den ersten Teil jetzt spielen sollen, nicht das zweite, aber egal. Gut. Ich weiß, wie man, glaube ich, dahin kommt. Und es steht wie DDT, der kann mir die Kankkarte komplett freischalten. Also hier sieht man alles. Gründe sind zwei. Ich habe die Arbeit gemacht. Und ich hätte wieder sehen, das ist eben. Ich muss aufpassen jetzt, Freunde. Ach, egal, haben wir ja alles wieder. Aber wenn man stirbt, ähm, dann muss man das ganze Level nur noch von vorne machen. Und I, D, B, E, H, I, D, ich push habe ja langsam, damit ihr es auch letzt, äh, sheaten könnt. I, D, B, E, H, O, L, D, L ist Licht. Also kann man das Licht ja einschalten. Das hält aber in Schlagen schon so lange vor. Ich will alles sammeln. Ich will alles sammeln. Jetzt ist es los, Mensch. Perfekt. Ein super Schrotpflinze. Aber die verbraucht nur zwei Schüsse. Ja. Die sind auch besser. Gut. Schau mal, welche. Sehr kalt. Manchmal gibt es so versteckte, ähm, versteckte Türen. Schaut auch jemand. Oh, okay, dann eben jetzt. Was soll das? Ich glaube, hier kann man auch reingehen. Schade. Egal. Ach ja, dafür ist doch dieses Schloss hier. Gedacht. Also diese Tür. Aber geh doch raus. Habt ihr es gesehen, Freunde? Das meine ich. Aber es kommt noch mehr später hin. Du brauchst einen blauen Schlüssel, um diese Türe zu öffnen. Okay. Ja, oder unten ist es selber. Es gibt einen gelben oder wrong. Ja, gelben Schlüssel gibt es auch. Oh, machi, machi. Das ist aber nicht gut. Letztlich werden die Level immer schwieriger. Oh, okay. Oh, okay. Ich hoffe, ihr seht was, Freunde. Boah, Mann, ey. Steht immer vorne, dieser Imp. Das ist ein Regenzeit, Freundchen. Keine Reaktion. Ah, Leben, 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 Leben. Danke, danke, danke. Das ist ein Zünder, ey. Also, es hat ein Zünder, ein Ziel. Gut. Ich meine, so eine Statistik. Was? 100% kill. Ich hab alles geholt. Das unten paar bedeutet, man muss es mindestens 90 Sekunden durchspielen. Also sagen wir mal Speedrun. Aber ich mach keinen Speedrun. Ich spiel das in Ruhe durch. Okay. Okay, Entschuldigung. Oh, Munition. Hey, das war der Wunsch gemeint. Oh, 200, korrekt, danke. Es gibt auch Gesundheit 200, da braucht man aber bestimmten Item, also Item, Item, wenn man es auch ausspricht. Jetzt hat es gleich erreicht. Ich mach... Ich muss das nur durchkriegen, die Katze. Oh, Mann. So, gleich kommt. Ah, die Waffe, ja. Oh, das Raketen. Oh, Mann. Man kann auch ausweichen mit Tasse Alt. Entschuldige, Superschubfilter raus. Ja, die sieht man gar nicht. Also fast unsichtbar. Oh, das steht denn hier vorne. No, I. Go, man. Oh, man. Jawoll. Das Borscht auch. Alles Borscht. All den Sammel sammelt. Was kommt jetzt zurück? Gut, Freunde, dann war schon der Schluss, wie es weitergeht. Da sind wir nix. Ne, wartet mal. So, Freunde, jetzt aber. Äh, ja. So, Freunde, wie es ja weitergeht, da sind wir nix. Also, zum nächsten Teil. Also, bis dahin, euer Display-Indie, adios und ciao.